Hey, vergiss nicht. Du musst es löschen, wenn ich es gesehen habe. Soll ich mal schneller machen? Da sind wir also. Das wird großartig. Alle mal lächeln. Hey, ist dieses Ding überhaupt sicher? Bin damit noch nie abgestürzt. Aber es gibt immer ein erstes Mal. Melee! Melee! Ich wiederhole! Und du bist fest! Der Pilot hat doch ein Funkgerät gehabt. Er hat... Das Flugzeug ist gerade abgestürzt. Da ist keine Blackbox in diesem Flieger, Fred. Das war ein Felsabflugzeug. Hört ihr das? Was? Mein Knöchel! Wir müssen weg von dir. Doch! Ich lasse mich nicht zurück. Oh, Scheiße!